Ich schlug da irgendwo in den Windkraftanlagen einen Blitz ein und da habe ich mir lieber noch einen Schritt zugelegt, zum Ehen, der Kuss war gar nicht so schlimm, aber danach ein paar Blitze hinterher kamen, dachte ich, sollte man sich vielleicht schneller ins Auto retten. Ich schlug da irgendwo in den Windkraftanlagen einen Blitz, aber ich schlug da irgendwo in den Windkraftanlagen einen Blitz, aber ich schlug da irgendwo in den Windkraftanlagen.